Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Wir sind ja noch immer im Lockdown und deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Museum, das ich virtuell besuchen kann. Habe schon gedacht, jetzt wird es schwierig, ich habe schon alles abgeklappert, aber jetzt habe ich doch noch einiges gefunden. Und zwar heute das Dommuseum Wien. Das ist ein Museum von der Erzdiözese Wien und es befindet sich gegenüber vom Stephansdom. Das Museum gibt es seit 1933. Damals war es noch nicht in den jetzigen Räumlichkeiten beheimatet, aber dort ganz in der Nähe im ersten Bezirk. Und es wurde 2012 bis 2017 umgebaut und befindet sich im sogenannten Zwettlerhof. Ich habe im App Store den vollständigen Audio-Guide gefunden. Der ist sehr umfangreich. Er ist kostenlos. Ich weiß nicht, ob es ihn für Android auch gibt. Ich nehme schon an, aber das kann ich jetzt nicht überprüfen. Und es gibt auch sehr viele Informationen auf der Homepage www.dommuseum.at Ja, und ich habe mir diesen Audio-Guide heruntergeladen, diese App. Und man kann mal zwischen verschiedenen Sprachen auswählen. Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und noch ein oder zwei andere. Und dann kommt man aufs Menü. Da muss ich sagen, da habe ich mir mit der Sprachausgabe ein bisschen schwer getan. Da musste ich öfter klicken, bis ich das Menü öffnen konnte. Und dann gibt es als einen der letzten Punkte Sprachmodus. Und da habe ich nur mal so interessehalber reingeklickt. Und dann habe ich gesehen, ganz oben öffnet sich ein Link Blindenmodus beenden. Also das ist scheinbar ein spezieller Punkt für Blinde. Finde ich sehr interessant. Und ja, und da gibt es, ich glaube, es sind ungefähr 80 kurze Audiodateien, die die einzelnen Kunstwerke beschreiben. Und das ist wirklich sehr gut gemacht. Also sehr professionell mit verschiedenen Stimmen. Sehr gut gesprochen, sehr angenehme Audioqualität. Und auch mit Live-Stimmen, zum Beispiel von der Direktorin. Und es werden die Bilder, Gemälde, Fotografien, alles was man sieht, auch wirklich sehr gut für blinde Menschen verbal beschrieben. Ganz am Anfang, wenn man in die App einsteigt, kann man auswählen zwischen Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahren oder Jugendliche ab zwölf Jahren. Da habe ich nur kurz reingeschaut. Da gibt es auch ein Quiz. Und ja, dann habe ich mir näher einfach den Bereich für Erwachsene angeschaut. Es begrüßen uns dann der Kardinal Christoph Schönborn und die Direktorin Johanna Schwanberg. Herzlich willkommen im Dommuseum Wien. Es gibt verschiedene Ausstellungsbereiche. Der erste ist der Bereich Feiern. Da geht es um die Gewänder. Also zum Beispiel sieht man ein 600 Jahre altes Messgewand, eine Monstranz und eine Restauratorin kommt auch zu Wort. Im zweiten Bereich geht es um das Thema Verehren. Da geht es um Heilige, zum Beispiel um den heiligen Leopold. Der ist der Schutzpatron von Wien und Niederösterreich und gemeinsam mit Florian auch von Oberösterreich. Und in einem Schrein hinter Glas gibt es da einen Beckenknochen von ihm. Im nächsten Bereich mit dem Thema Leben steht ein großer Altar, ein Flügelaltar. Der ist vier Meter breit, zwei Meter hoch. Flügelaltar deshalb, weil da kann man die Seitenflügel wegklappen. Die waren dann nur am Wochenende ausgeklappt, an den Werktagen zusammengeklappt. Und das heißt auch Obersankt Veiter Altar, war aber ursprünglich, glaube ich, in Nürnberg aufgestellt. Und die Skizzen gehen zurück vermutlich auf Albrecht Dürer. Und erzeugt wurde es dann von einem Künstlerkollektiv. Im nächsten Bereich sieht man dann einen kleinen Flügelaltar aus dem 15. Jahrhundert. Und im nächsten Bereich zum Thema Schenken steht der Rudolf der Stifter im Mittelpunkt und seine Schenkungen an die Kirche. Und das ist jetzt wieder interessant für die blinden Hörerinnen und Hörer. In diesem Raum gibt es zwei Tastreliefe. Das eine ist ein Relief von einem Porträt vom Rudolf dem Stifter. Ein ertastbares, eins zu eins Maßstab zum Originalbild. Und das zweite ist ein Relief von einem Grabtuch, ein Teil eines Grabtuchs, wo man auch das Muster ertasten kann durch die unterschiedlichen Höhen. Der nächste Bereich heißt Blick auf den Stephansdom. Da wird einiges über die Geschichte des Stephansdoms und auch über die Pummerin erzählt. Der nächste Bereich ist dem Otto Mauer gewidmet. Das war ein Priester und Kunstsammler, hat gelebt zwischen 1907 und 1973. Der war auch eben Prediger im Stephansdom und Seelsorger. Er hat sich sehr für zeitgenössische Kunst interessiert. Ein Zitat von ihm lautet Kunst verändert das Leben. Und er hat auch die Galerie St. Stephan gegründet und hat dann ungefähr 3000 Werke auch dem Dommuseum gespendet. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Bereiche. Das, glaube ich, wird jetzt zu viel, wenn ich da von allem was erzähle. Aber diese Audios sind wirklich sehr interessant. Also vor allem, wenn man sich für Kunst interessiert, ist das wirklich alles sehr, ja, sehr lebendig beschrieben und dass man sich auch wirklich, auch wenn man nichts sieht, wirklich sehr gut vorstellen kann. Und es ist wieder so ein Museum, in das ich vielleicht nicht persönlich gegangen wäre, weil ich gedacht hätte, das ist nicht so interessant. Aber jetzt so von zu Hause aus merkt man, wie viel doch da drinsteckt. Und ich finde auch ganz toll, diese Reliefs, die sie für blinde Menschen extra angefertigt haben und auch diese Mühe, die man sich da mit der App gegeben hat. Für alle, die den Podcast jetzt zeitnah hören, im April 2021, möchte ich jetzt noch hinweisen darauf, dass es im Mai einige Online-Veranstaltungen, Online-Rundgänge durch das Museum gibt, die per Zoom abgehalten werden. Und jetzt möchte ich noch einen ganz kurzen Ausschnitt mit der Sprachausgabe Voice-Over vorspielen, wie zum Beispiel ein Ausstellungsbereich verbal beschrieben wird. Mitten im Raum in einer hohen Vitrine hängt ein wertvolles Priestergewand, auch Kasel genannt. Dabei handelt es sich um einen Überwurf aus rotem, gemusterten Sand, der stellenweise stark abgewetzt ist. Auf der Rückseite ist über die ganze Länge ein mit Goldfägen gestecktes Kreuz aufgenäht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info Untertitelung des ZDF für funk, 2017